Dann sage ich herzlichen Dank an alle. Jetzt kommt dann dieser berühmt-berüchtigte Networking-Teil. Aufstehen, rumgehen, mit Menschen reden. Bitte den Sessel, so er klappbar ist, zusammenklappen und da herverräumen. Dann haben wir umso mehr Bewegungsfläche und weniger Unfallpotenzial. Und wie der Martin am Anfang schon einmal erklärt hat, da rüber, ist die Küche, da gibt es Getränke und Knabbereien. Geldwechselautomat hinten im Eck nicht vergessen. Nur für Geldscheine. Der wechselt nicht Währungen, sondern nur Euroscheine. Und ich glaube, jetzt ist dem Off auch das Potenzial an Kommentaren ausgegangen. hoffe ich jedenfalls. Danke fürs Kommen, danke fürs Einschalten. Damit. Da hätte ich jetzt Ausreden, bitte das Geld in die Kasse einzuwelfen und nicht auf die Kasse draufzulegen. Ja, in diesem Sinne. Viel Spaß und danke. Vielen Dank. Vielen Dank.